Also normalerweise poste ich auf meinem YouTube-Kanal ja Videos zum Thema Fotografie, zum Thema Bildbearbeitung, Lightroom, Photoshop, all den Krempel, alles ziemlich ernste Videos, meistens, manchmal. Heute war ich in Landau und da hatten wir eine Montage und ich hatte auch mein Fotoapparat dabei, sind wieder ein paar coole Fotos entstanden, aber darum geht es überhaupt nicht. Wir sind heimgefahren über die Autobahn durch die Pfalz und was wir da gesehen haben, das war so urkomisch, da hat es uns hingerissen und wir wurden zu gaffern. Also keine Angst, wir haben keinen Stau verursacht, wir sind nicht extra langsamer gefahren, sondern wir standen in einem fast Stau zähfließender Verkehr und haben die Bustür aufgerissen, um zu filmen, was da passiert ist. Ich weiß nicht, die Pfälzer, man hat zumindest das Gefühl, leben noch ein bisschen in der Steinzeit. Ja, schaut halt selbst. Ich weiß nicht, die Pfälzer, 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 die Pf Untertitelung des ZDF für funk, 2017